hallo liebe bielenfreunde ich möchte euch heute in dem video mal zeigen wie ich eine leere zarge messe und zwar habe ich folgendes vorbereitet zum einen habe ich einen hohen boden vorbereitet dann die erste zarge die zweite zarge dann habe ich eine kofferwaage und ich habe beide zargen mit lehrrämmchen ausgestattet jeweils zehn stück inklusive mittelwand deckel drauf deckel drauf und jetzt messe ich hier unten da habe ich mir trick 17 gemacht und zwar ein haken schalte meine kofferwaage ein und wieg da kommen wir auf 4,5 kilo vorhin waren sieben kilo ich probiere es noch einmal soll jetzt sechs kilo ok also ich habe vorhin auch sieben kilo schon gehabt von der seite ist es vollkommen okay man kann es natürlich auch viel genauer machen da müsstet ihr halt einmal schauen wo ihr die zagen kauft und dann die kilos zusammenrechnen aber bei mir mache ich jetzt folgendermaßen ich habe auf der einen seite die sieben kilo gewogen dann nehme ich diese sieben kilo mal zwei dann habe ich die 14 kilo also diese komplette zarge wiegt 14 kilo dann sage ich ungefähr ein kilo bienmasse dann habe ich die 15 kilo und kann mit 15 kilo rechnen wie rechne ich wenn ich meine völker wiege dann wiege ich die auch auf einer seite habe zum beispiel 20 kilo auf einer seite gewogen nehmen diese 20 kilo mal zwei dann habe ich 40 kilo und sie dann sozusagen die leerzage und die bienen mit den mittelwänden und den rähmchen ab das sind die 15 kilo und dann habe ich 25 kilo futter das war jetzt nur beispiel weil beim zweizagigen volk sagt man das zweizagige volk sagt man die sollen 18 bis 20 kilo futter drin haben und bei einem einzagigen volk sind 14 kilo richtig oder 15 kilo also von der seite her ich schreibe noch ein bisschen was in die kommentare rein weil ich merke gerade ist es echt eiskalt hier draußen und ja das wirkt sich anscheinend auf die gehirnzellen und auf den mund aus da kann man dann nicht mehr so richtig 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 sprechen aber ich hoffe dass das video bringt euch trotzdem was und von der seite her wünsche ich euch einen schönen vierten advent bleibt fit und bis die tage tschüss und servus